Hey Leute, Willkommen zurück zu Shenmue Teil 3. Ah ja, wir haben... Ja, immer das gleiche halt. Wir müssen einfach auf morgen warten und wieder besuchen. Wir haben aber dafür im letzten Fall auch Geld gemacht. Wo ist denn ein Arcade? Ich werde sie dann beide nicht suchen, vergess es. Warum funktioniert jetzt die Schnellreise nicht mehr? Oh man, ich wollte gerade nicht... Ich wollte vor allem zu Shenmues Haus. Wo soll ich da hinrennen? Na toll. Oh, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, in den ersten zwei Teilen wollte ich da auch nichts essen. Der ist dann nur für den dritten Teil echt sehr hungrig geworden. Das sind die Fans. Hungrig für mehr Shenmue. Ich habe jetzt gerade zum ersten Mal vor, wie lange dieser Weg eigentlich ist und wie gut die Schnellreise ist. Was? Ah, du kippst schon nicht um. Ich müsste jetzt gleich mal im Tutorial nachgucken. Und zwar kann man nämlich irgendwie für Kämpfe essen irgendwie deine Leiste packen. Naja, dass du sie mit einem Kampf ausessen kannst. Was eigentlich schon ziemlich gut wäre. Deswegen hätte ich das gerne. Aber ich weiß halt nicht, wie man das macht. Warum sollte man immer morgen muss man das einstellen? Warum muss man das einstellen? Ja. 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 Joht. Ich weiß, wie Dann kann ich schon Wo. Ich glaube, die Sk Zapfen fällt bald nun etwas. Das so wohnt glamour. Jetzt reckon ich nicht. Aber das ist das hier weiteres! Zitat. Nein! Nein. Das verbessert mehr Schw keeping. immer länger, damit ich weiß, was ich wissen muss. Lauf ich überhaupt richtig? Oh ja, Gott sei Dank. Ich bin da. Der schöne Shenmue-Baum. Das ist einfach wunderschön. Was ist hier so ähnlich da? Okay, man kann scheinbar schon schlafen. Das ist ziemlich gut. Lass uns mal zu ihm wieder gehen, oder? Zu dem Meister. Ja. Da bist du wieder. Hallo, Ryo. Hallo, Ryo. Hast du gut geblieben? Ah. So, und tschüss. Ja, wie weird, dass ich mich da nicht teleportieren konnte. Malerweise geht das. Ryo. Komm. Komm. Ja, zum Dorfplatz. Der 2. April 1987. Okay. Das wird hier mal. Ich sag mal, dass ich noch mehr schlafen habe. Ich sag mal, warum man doch professionell ist, dass ich mich doch nicht verstehe? Ich sag mal. Ich sag mal. Ich sage mal. Und jetzt ist es etwas. Ferdestand? Ja, Ferdestand kann ich ja schon. Ja, komm. Ja, Ferdestand? Ja, Ferdestand? Ja, Ferdestand? Jetzt wohne ich doch schon. Jetzt wohne ich doch schon. Jetzt wohne ich doch schon. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr aufhören kann. Gut, gut. Gut, gut. Das ist ja auch keine andere Wahl. Oh, Dreieck. Ja, nochmal Dreiecker. Ah, okay. Ja, dieses Kreis leckt mich doch am Arsch. Was heißt denn was? Ey, ich drücke die ganze Zeit Vier-Eck, weil ich denke, es kommt immer Vier-Eck. Okay. Hat aber sogar lang genug Zeit. Ich drücke aber immer das Falsche. Warum drücke ich Dreieck, wenn der Kreis steht? Hallo? Huhn? Hä? Ich hab's doch ge... Böde Hühner! Ich drücke. Ich hab Kreis gedrückt. Ich dachte, das steht frei. Ich weiß es nicht, ich bin irgendwie so doof. Oh, Dreieck. Was? Sehr gut. Ich hab's doch nicht. Oh! Ich hab's doch schon mal drückt! Oh! Jetzt mich verarschen? Kann ich sein, dass wir jetzt schon den Tag beenden. Niemals. 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 Das muss mal kommen. Niemals. 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 So, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, sehr gut, schnell reise, los geht's. Ich frag mich echt, wo die ist? Ja, ja, ja. Wo bist du denn? Hier kann man sogar raus. Hä? Was ist denn da jetzt? Jetzt hab ich denn keine Ausdauer mehr. Oh, war hier. Ja, ich weiß, diese Tage sind verdammt spannend. Ja, ich find's auch nicht besser. Dann müssen wir jetzt hier Tage warten, bis wir da weitermachen können. Ja, immerhin kann man sogar jetzt schon früh schlafen gehen. Das war der einen Teil der nächste, da musst du immer warten. Vor allem im ersten war das echt schlimm. Aber es ist denn, dass der Einzige, der mir... Ich hab den Bodycheck heute wieder nicht gelernt, was soll das überhaupt? Aber es ist denn, dass der Einzige, der mir helfen könnte. Ja, oh, hallo. Natürlich. Ah, die Dialoge sind toll. Ryo, machst du dich heute auf den Weg? Ja. Ey, Shenua. Gehst du ins Dorf? Ja. Ja. Oh, ist das... Ist das schön. Ist das schön. Jetzt hoffe ich aber diesmal, dass es das dann endlich beibringt. Weil es muss wirklich so passieren anscheinend. Sonst würde er ja keine Tagebucheinträge darüber schreiben, dass das eben passiert. Das heißt, es ist wirklich storyrelevant, dass man hier einfach das drei Tage oder mehr vielleicht sogar hintereinander wiederholt. Das mache ich schon ganz schön fertig, Kumpel. Was ist denn bitte ein Hahnenschritt? Ich hab das noch nie gemacht. Ich hab das noch nie gemacht. Folge mit der Hilfslinie in dem blauen Bereich. Hilfslinie drehen. Im rechten Stick. Ah, okay. Okay, ich verstehe. Jetzt sind quasi dieser Strich hier. Wir müssen immer hier drin bleiben. Ja, wäre nicht schwer. Ich merke doch, dass ich... Ah, wieder zurück. Ich merke doch gerade, dass ich das gerade zum ersten Mal mache. Kann man das schon irgendwo vorher machen? Ich habe das noch nie gemacht. Okay, das ist die Hühnerfange. Shenmue, dass die dümmsten Sachen irgendwie dann zum Kampftrick geführt haben, da jetzt das ja auch wichtig ist, es muss wichtig sein, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns jetzt hier 3x10 Hühner fangen müssen, das bringt nichts. Oh, jetzt kommt auch X, er leckt mich doch, daran habe ich jetzt gerade, ah, nicht gedacht. Ja, stimmt, das ist der einzige Knopf, der noch fehlt, also der einzige richtige Knopf, das habe ich gar nicht gesehen. Also 4 Knöpfe sind schon nicht einfach, also naja. Ja, ich habe gerade voll den Kreisknopf verfehlt. Also ich habe daneben gehauen. Wortschritte. Ja, okay, das war meine Schuld, ich habe 4 gedrückt. Weil ich dann überhaupt was da bin. So, wo ist das letzte, da. Nein, der auf mir kreit, ich hasse Kreis, das ist meine Hasstaste. Obwohl es rot ist. Rot sollte eigentlich meine Lieblingsfarbe sein. Oh. 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 So, so, so,技を伝授してやるか no? Ja, ich bitte. Ich hatte einen richtigen Wert. Oh, ich bin. Okay. Ich könnte euch nochmal kommen. Oh. Geht? Oh. Deine Ah kah. Oh. Oh, okay. Oh. Oh. Oh, oh. warte mal er war mal ich sogar gedrückt oder nicht oder muss ich erst drücken menschen wenn das zeit mit eingezeigt wird das kann natürlich sein ich habe ich gleich zu früh gedrückt ich verstehe es gerade nicht ach man muss am ende noch kreis drücken es hat erst gesehen man muss am ende noch kreis drücken da habe ich jetzt gar nicht geachtet ich dachte man muss einfach nur nicht okay man hat diesmal zeit sich das einzuprägen bevor man drücken muss ja okay okay das kreis habe ich nicht gesehen aber finde ich gut dass man zeit hat dass sich das einzuprägen weil in shambu 2 war es so dass das zeitgleich drücken muss das wenn es angezeigt wurde was sonst ist gar keine zeit jetzt hast du zeit dafür das geht erst mal anzuschauen dann kannst das drücken jetzt noch einmal versuchen weil sie kriterien wir sind sich nicht schwierig du musst du halt nur merken guter hammer nein nein das ist gut ich glaube ich habe es ja 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 Ja, das stimmt. Aber ich habe es geschafft, dass ich es nicht verletzt habe. Ja. Das酒 hat wirklich mit dem Kuchen. Ich muss mich für diesen酒 kaufen, dass ich es nicht so gut für diesen酒. Wenn ich es nicht verletze, ist, dass ich es nicht verletze. Und ich kann auch mein酒 zu essen. Ja, das dachte ich mir schon. Okay, gut, jetzt hören wir mal mit dem nächsten Part weiter bei Shenmue 3 und ciao.